Ankunft im Stadtzentrum von Oasis. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Dass ich das nochmal sagen werde. Aber hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf Rokorti. Wie lange ist es her, dass ich das letzte Video auf Rokorti gemacht habe? Das ist ja unglaublich. Gefühlt sind es 30 Jahre. Bestimmt. Wenn nicht sogar noch länger. Aber jetzt geht es wieder los mit neuen Videos auf Rokorti. Man könnte fast sagen, Rokorti 5.0 hat gestartet. So, auf wie wir jetzt hier einen Neustart angefangen haben. Und wir spielen heute Overwatch. Einen neuen Modus. Der heißt... Irgendwas mit Flaggen. Spaß mit Flaggen. Nein. Äh... Sieht man das hier irgendwo? Flaggeneroberung, glaube ich. Man muss die gegnerische Flagge holen. Und dann hat man einen Punkt. Wer zuerst drei Punkte hat, hat gewonnen. Fast wie in Battlefield. Da gab es, glaube ich, auch mal so einen Modus. Habe ich nie gespielt. Aber ich habe mal gehört, da gab es irgendwas. So. Es hört sich alles ganz einfach an. Wären da nicht die sechs gegnerischen Helden. Und ein Genji. Der da wieder irgendwo rumlaufen muss. Wir sind übrigens ein Yadda. Der mit den tollen Balls. Da ist übrigens die knusche Flagge. Die müssen wir gleich erobern. So. Oh, ich habe irgendwen eliminiert. Alles geplant. Profi hier. Mit Senjada. Warum nimmt das denn keiner ein? Ha! Ich habe die Flagge! Ich habe die Flagge! Schnell weg! Los, Senjada! Lauf! 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 Nein! Wer ist da hinter mir? Wer ist das? Ach, Reinhard. Oh, gut. Ich habe die Flagge. 360. Und. Touchdown! Geil. Aber das freut mich jetzt ein bisschen. Dass ich hier die Flagge geholt habe. Fürs Team. Einfach toll. So. Zwei Flaggen müssen wir noch holen. Da hinten ist Widowmaker. Die lassen wir mal ganz da an der Seite liegen. Und der Genji ist down. Und. Reinhard hat die Flagge. Wir müssen ihn beschützen. So. Mit der Ulti hinterher. So. Lauf, lauf, lauf. Hüpf doch nicht so viel. Lauf doch lieber. Und. Jawohl. Da ist die nächste. Was war eigentlich Torbjörn da oben? Dankeschön. Ist echt ein netter Kerl. So. Ich höre einen Lucio. Ich höre einen Lucio. Der will sich die Flagge, glaube ich, nehmen. Da ist er. Habe ich es doch gehört. Aber. Der bekommt die nicht. Oh. Es ist. Ja gut. Nein. Wo ist die Flagge? Oh shit. Ist schon weg. Gut. Ah. Tschüss. Ich habe nichts gesagt. Gehackt. Ich wurde gehackt. Immer diese russischen Hacker. Ich treffe hier auch gar nichts. Trefferquote 5%. Besten Yatter EU East. So. Wir brauchen noch eine Flagge. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier ist Torbjörn. Den holen wir uns erstmal. Zack. Da ist er weg. Und jetzt. Ah, da hinten. Da versteckt sich irgendjemand. Oh, da ist der Genji wieder. Oh, gute Ulti. Und ich bin tot. Wo kam der denn jetzt her? Ach, der Hanzo. Egal. Ich glaube, wir haben die Flagge. Yo, der Soldier. Der macht das Ding. Der macht das Ding. Wo ist er? Wo rennt er hin? Ja, ist doch egal, was der Gegner macht. Wo ist die Flagge? Da ist er. Soldier, wo rennt er hin? Wo will er hin? Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Gewonnen. Aber das wird jetzt ein bisschen einfach. Ha, da stehen wir alle. Wie die Profis. Oh, Highlight. Hier, da habe ich mir die Flagge genommen. Gar kein Ding. Und ab. Wie gut. Ja, Highlight. Was ein Highlight. Gehen wir mal selber einen Daumen hoch, würde ich sagen. Ja. Krass. Es hat nur 3 Minuten 53 gedauert. Gab das viele Punkte? Nee. Na toll. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Match. Da sind wir jetzt im Lijang Tower. Oder Lijang Garten. Wie es da oben links steht. So. Mit Senjada hat es ja gerade ganz gut funktioniert. Und jetzt nehmen wir nochmal Senjada. Oder? Nee, das wäre ein bisschen lame. Wir nehmen jetzt mal Lucio. Lucio ist ja auch ein ganz toller Charakter. Kann man glaube ich ganz gut in dem Modus spielen. Zu einem Tempo Boost. Und was er noch alles so kann. Schauen wir mal. Glaubt ihr, habe ich schon mal gespielt. Gut. Dann kann es ja nicht ganz so peinlich werden. Oh, ist das eine schöne Pflanze. Sieht echt sehr aus wie eine Pflanze. Hallo. Geh mal weg. Ich wollte mir das angucken. Na gut. Auf geht's zur Flagge. Folgen wir mal dem Winston und dem McCree und dem Junkrat. Die wissen ja, wo es lang geht. Oh ja. Super, Leute. Habt ihr toll gemacht. Gleich zu den Gegnern. Oh, ja. Das war's mit dem Affen. Oh. Das wär's fast mit mir auch gewesen hier. Komm. Wir boxen hier jetzt weg. Komm her. Ah, nice. So. Was ist denn jetzt hier los? Ja. Auf den Turm. Geschützt, meine ich. Irgendwo ist noch ein Weaver, oder? Oh, 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 oh. Was? Echt der Hanso jetzt? Ach so. Ist klar. Was soll das denn? Wir bleiben einfach jetzt bei Lucio. Ich glaube, das wird ein sehr schwieriges Match. Ja, super, Junge. Rennen erstmal in tausend Gegner rein. Ist ja wie Bronze hier. Wie Bronze. Ich versuche jetzt mal, obwohl die haben einen Torbjörn. Jetzt würde ich jetzt einfach mal kurz rechts da vorbeigehen, oder links vorbeigehen. In deren Basis. Und mir erstmal die Flagge daneben. Zack, Senjada weg. Oh, 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 oh. Okay. Versuche es mal. Das Experiment. Mein Bizeps brennt. Auf geht's. Die sehen mich nicht. 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 Haha. Oh shit. Oh shit. Was steht da hinten? Okay. Wir werden das gleich einfach nochmal tun. Oh. Geh mir nicht auf den Sack. Da kommt der Nächste. Wo kommt die alle her? Ja. Unglaublich. Und das Team macht wieder nichts. Toll. Super Leute. So. Wird der Beat gedroppt. Ich bin David Guetta. Ist schon ein guter Typ. Der David. Obwohl ich kein Lied von ihm kenne. Ah doch. Eins kenne ich glaube ich. Ich weiß nicht, ob das von ihm ist. Los Genji. Ja, die Flagge. Ist mir jetzt aufgefallen. Nein. Ja gut. Da muss ich gar nicht erst hingehen. Ha. Super. Schade. Ja sicher. Na komm mal her. Komm mal her hier. Da ist irgendjemand. Warum checkt das keiner? Leute. Was ist los mit euch? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Super. Ich habe mit sieben Kills die Goldmedaille. Was ist denn hier los? Bronze. Ohne Witz. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben sie echt die erste Flagge bekommen. Ach, das ist doch scheiße. Wer ist hier jetzt? Oh, das ist... Der hackt doch. Der hackt. Der hackt wirklich. Ganz klar. Hacker. Jetzt haben wir die nächste Flagge. Was ist denn los hier? Darf doch nicht wahr sein. Ist hier ein Tracer? Ja, schmeiß mal deinen Teil dahin. Winston. Sehr schön. Der Drache. Ja. Drache erwache. Wache. 0 zu 2. Was versucht der Hanzo da eigentlich? Oh ja. Super Ulti. Gut, Junge. Oh lol. Okay. Man muss sich hier echt doch mehr konzentrieren als gedacht. So. Senyada. Oder was? Torbjörn. Alle dahinten. Oh ja, sicher. Toll. Unser Genji schafft sowas nicht. Weil wir haben drei DPS. Genji, Soldier und McCree. Und die bekommen ja echt nichts geschissen. Tolle Teammates. Wie oft ich mich einfach beschwere hier. Aber es muss ja auch mal gesagt sein. Gott, ich sag nichts mehr. Wir werden auf jeden Fall 2-0 verliehen, wenn ich sogar 3-0. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie eine Flagge jetzt hier holen werden. So, ich job mal den Beat hier. Oh, einfach schießen mich nicht. Ich muss auf jeden Fall die Flagge hier verteidigen. Jetzt haben wir ja noch Farrah. Die ganzen Tryhards hier wieder unterwegs. Am Freitagabend um 23 Uhr. Ja. Scheiße, verloren. Aber hier kommen mit 12 Kills und Gold und ach, egal. Ja. Das war bestimmt die ganz tolle Ultimate. Doch nicht. Doppelkill? Das war nicht mal sein Kill. Ja. Highlight. Wow. Drei Goldmittele. Ich hab zwei gehabt. was für eine Verarsche. Gut. Das war es jetzt mit Overwatch. Spiel das nie wieder. Nein, Spaß. Wir haben ja eine Runde gewonnen. Eine verloren. Hab ich eigentlich jetzt die Lootbox? Oder? Nee. Keine Lootbox. Schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Also, danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag noch. Ach ja. Und, äh, ich grüße noch das Buttertoast. Weil er immer die ganzen tollen Kommentare schreibt unter unseren Videos. Also, grüße an das Buttertoast und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.